Drahtglas wurde früher auch für Überkopferglasungen verwendet. Dies ist heutzutage nicht mehr zugelassen. Verbund Sicherheitsglas, VSG, besteht aus mindestens zwei Floatglas-Scheiben, die mit einer elastischen, reißfesten Hochpolymerfolie so miteinander verbunden sind, dass bei einem Bruch der Scheibe die Bruchstücke an der Folie haften bleiben. VSG reduziert Schnittverletzungen, bietet einen hohen Einbruchschutz und ist für Überkopferglasungen geeignet.